Was geht ab meine Freunde, YD wieder am Start und ich möchte euch heute einfach nur frohe, frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr und eure Familien, ihr habt alle einfach gesegnete und schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt einfach ein bisschen Ruhe und könnt ein bisschen chillen. Aktuell ist ja wirklich immer noch eine relativ wilde Zeit und ich hoffe, dass es euch einfach gut geht in den nächsten Tagen. Es ist einfach schön, mit der Familie zusammen zu sitzen, mit der Familie zusammen zu feiern und vielleicht auch einfach ein paar Freunde zu treffen, einfach ein bisschen sich auszuruhen, gutes Essen genießen, gute Gesellschaft genießen. Und um euch das zu sagen, habe ich mir natürlich das beste Spiel ausgesucht, um einfach mal zu zeigen, wie gut man Sachen geschenkt kriegen kann. Ne, im Ernst, ich habe einfach mal gedacht, ich wollte mir einfach mal ein Spiel raussuchen, wo ich jetzt nicht so viel reinzeige meistens, aber eben dementsprechend immer wieder mal ein bisschen was zeige, um, ja, einfach ein bisschen Progress zu zeigen und euch zu zeigen, dass man auch Spiele spielen kann, wo man normalerweise viel Geld rein investieren kann, ohne dass man eben dementsprechend, ja, ohne dass man eben das Geld investiert und trotzdem ein ganz nettes, ganz nettes Team haben kann. Also, passt auf. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe das Brasilien-Team zusammengebaut. Ich möchte hier dieses Tausche-3-Icon-Swap-Sachen gegen diese 25x82-Gesamtstärke tauschen. Warum nur das? Das liegt daran, erstens spiele ich FIFA nur Casual, das heißt, ich spiele erstens vielleicht einmal, zweimal die Woche FIFA und wenn ich das dann spiele, habe ich keine Lust, mich zu ragen, also spiele ich meistens auch nur offline, beziehungsweise, das heißt, meistens spiele ich eigentlich nur offline. Dementsprechend habe ich halt auch nicht so eine große Auswahl an Sachen, die ich zusammen mir schustern kann und, ja, ich glaube, die drei sind das, was ich am besten erreichen kann, ohne dass ich groß, groß hasseln muss. Ich wollte euch aber auch gerne mal mein Team zeigen und zwar ist das dieses hier. Das ist mein aktuelles, aktuelles Team. Finde ich eigentlich ganz cool, spielt sich ganz gut. Ich muss natürlich Goretzka noch ein bisschen verändern, damit er eben auf Full-Cam kommt und ich habe einen rechten Mittelfeldspieler als Defensivspieler, den Baku. Den hat man ja damals relativ einfach eben auch umsonst gekriegt und konnte man sich erspielen. Das fand ich ganz cool, deswegen, und der hat auch solide Werte als Rechtsverteidiger, deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, kann man sich das auch so gönnen. Ähm, passt auf. Also, ich habe mir den hier gekauft für 135.000. Bamba, irrsinnig geil, ist mittlerweile, glaube ich, deutlich, deutlich gesunken. Ja, okay. 90k wird der noch kosten, 80 vielleicht, äh, ist deutlich gesunken. Genauso wie Sané. Ich bin ein riesiger Sané-Fan, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, komm, gönnen wir uns mal die beste Sané-Karte, die wahrscheinlich dieses Jahr rauskommen wird, bis zum Ende des Jahres. Ich habe jetzt mittlerweile 79 Spiele mit ihm gespielt, 174, äh, 147 Tore, 53 Vorlagen. Also, man kann nichts anderes dazu sagen, der ist einfach göttlich. Ähm, lustigerweise habe ich Renato Sanchez gezogen. Ähm, kostet lockere 700, 800k. Äh, ist untrade. Das heißt, ich benutze ihn natürlich in meinem Team. Dafür habe ich eben mir diese beiden Spieler eben auch freigeschaltet, beziehungsweise freigespielt. Sind auch beide First-Owned, natürlich. Äh, das ist, glaube ich, durch diese Liga-Noss-irgendwas-irgendwas. Ähm, die beiden sind auch megacool. Sechs Spiele, 15 Tore. Ich habe die noch nicht so häufig gespielt. Äh, sind aber super, super nice. In-Game spiele ich, ähm, hier Nakamura auf der rechten Mittelfeldseite und Sané und, äh, Kazu sind dann im Sturm. Ähm, genau. Den hier habe ich auch First-Owned. Relativ am Anfang gezogen, fand ich auch ganz nice. Werde ich, ist seitdem in meinem Team. Genauso wie, äh, Gommes. Gommes habe ich auch relativ früh gezogen. Auch eine richtig coole Karte. Ich bin am überlegen, ob ich da noch ein bisschen was ändere. Ob ich eben dementsprechend hier vielleicht auch noch mit meinem Bundesliga-Team zusammen schuster oder so. Weil, zum Beispiel, so ein Prinz Boateng, der auch einer meiner Lieblingsspieler ist, hat auch eine ziemlich solide Karte gekriegt. Und hat auch relativ gute Werte. Dafür, dass ich den die große Zeit als ZM gespielt habe. Ähm, ja, größtenteils sind, glaube ich, die Spieler, die ich habe. First-Owned. Ich muss mal überlegen, welche habe ich gekauft? Sané habe ich gekauft, Goretzka habe ich gekauft und Bamba und Neuer. Und ich glaube, die restlichen, die ich hier im Team habe, sind alle First-Owned. Können wir mal gucken. Erstbesitzer. Erstbesitzer, 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 Erstbesitzer. Erster, Erster, Erster. Den habe ich gekauft. Auch Erstbesitzer. Ja, gekauft. Ja, so war's. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch irgendwas habe, was ich euch eigentlich zeigen kann. Ähm, ja, Mbolo habe ich mir noch gekauft. Für ziemlich viel Geld. Ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, Groß habe ich auch gezogen. Sauvigny habe ich gezogen. Ich habe zwischendurch auch noch andere Spieler gezogen, die auch ein bisschen was wert waren. Aber jetzt nicht der Rede wert, dass ich die jetzt nochmal extra benennen muss. Ähm, mittlerweile ist zum Beispiel Gommes. Ich habe den gezogen, da war der noch 120k wert. Mittlerweile kostet der nichts mehr. Also das ist, äh, die sind ziemlich, ziemlich runtergefallen, seitdem die, äh, seitdem die Extra-Packs davon rausgekommen sind, wo ich den nicht drin gezogen habe. Sondern da habe ich hier Campus drin gezogen. Gommes ist einfach ein, so, also meiner Meinung nach ist es eine Legende aus der Bundesliga. Ähm, ich kann verstehen, dass die das als Stuttgarter, ähm, ja, Club-Ikone gestartet oder reingemacht haben. Vielleicht auch so ein bisschen Bayern München. Aber ich glaube, in der Geschichte steht auf jeden Fall, ja, das ist Stuttgart. Ähm, ist einfach eine coole Karte. Kann man richtig, richtig gut ballern. Und dementsprechend macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und ihr müsst einfach immer im Kopf behalten, dass man nicht, nicht unbedingt immer großartig viel Geld für irgendwas ausgeben muss oder so. Sondern man kann eben halt auch Glück haben, wenn man Casual spielt, dass man da einfach mal gute Sachen zieht. Und, äh, ja, macht euch da keinen Stress. Wenn ihr, wenn ihr merkt, dass ihr anfangt zu ragen oder so. Das ist, das ist es nicht wert. Guckt einfach, dass ihr Spaß am Spielen habt. Dafür ist das Spielen eigentlich da. Und nicht dafür, dass ihr euch aufregt. Weil das Leben ist schon teilweise Aufregung genug. Und da müsst ihr euch jetzt nicht in den Videospielen halt auch noch so hart irgendwie reinluchsen. Und reinsteigern, dass ihr da halt irgendwelche Sachen kaputt macht oder so. Das ist, äh, ich kenne das. Es war früher einfach bei mir genauso, dass ich da halt mich auch so stark irgendwo drüber aufgeregt habe. Aber macht es einfach nicht. Es macht keinen großen Sinn. Ihr könnt auch irgendwelche Spiele oder irgendwelche Sachen erreichen, ohne dass ihr groß Geld ausgebt. Ohne dass ihr groß sweaten müsst. Ohne dass ihr irgendwie was macht. Spielt Karten, mit denen ihr Spaß habt. Wo ihr irgendwie eine Beziehung zu habt. So zum Beispiel Gommes, Boateng. Das sind nicht die Überkarten. Aber das sind einfach Spieler, wo ich mich im Game freue, wenn die einfach ein Tor schießen. Oder wenn die ein nices Tor schießen auch. Und dementsprechend scheißt auch einfach drauf. Also ich sag's jetzt einfach mal gut. So wie ich, äh, wie ich es eben auch halt meine. Scheißt drauf, ob das jetzt eine, eine richtige Metakarte ist oder nicht. Scheißt einfach drauf, wenn ihr Spieler spielt, die eigentlich kein anderer spielt. Aber habt Spaß am Spiel. Warum denn nicht? Wenn, wenn ihr hier halt so ein Kasu, äh, oder so ein Nakamura, äh, Nakamura, ja, Nakamura spielt. Why not? Why not? Spielt es doch einfach. Wenn ihr Spaß dran habt, los da rein. Äh, übrigens auch eine richtig coole Karte, kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr kriegen. Ist Chong. Was zum Teufel ist diese Karte? Der ist so krass. Der ist so, so krass. Also 27 Spiele, 43 Tore, 25 Torvorlagen. Und einfach das beste In-Game-Haar, das ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Der hat einfach so eine Riesenmatte. Ist mega krass. Na gut. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, eure Familien haben schöne Weihnachten. Und ich hoffe, eure Familien und ihr halt auch kriegt schöne Geschenke. Ihr freut euch übereinander. Ihr freut euch darüber, dass ihr einfach zusammen sein könnt. Und, ja, ich wünsche euch wirklich, wirklich schöne Weihnachten. Und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Und, äh, ciao. Bis dann.